Hallo und herzlich willkommen zurück zu der neuen Folge Seven Days to Die Im Tower des Todes oder so ähnlich Bis auf sieben Gesundheit bin ich runter durchs Tauchen jetzt Halleluja Hast du Leertaste gedrückt? Ja Okay Jo So langsam könnten wir hier mal ein bisschen Die eine habe ich mitgenommen Warum kann ich die Stühle nicht mehr mitnehmen wollen? Mach mal noch zwei Pfeile Meine Güte Hier geht es wieder nicht weiter Wieder ein riesen Loch Hier ist noch eine Tür Oh Da will ich nicht Die kommen dann von oben Das ist blöd Was? Wenn da gute Dinge von oben kommen will ich da nicht hin Hier Komm mal da Ach du willst da Ja da ist doch Action Guck der macht doch sogar auf Mach mal schneller auf Das war sehr langsam Man kann nicht durch die Türen schießen Das ist immer toll Ja Konntest noch nie durch die Türen schießen Ja Nee aber durch die Frames kann man jetzt mittlerweile schießen Das konnte man auch in der letzten Alpha schon Da wäre da mal ein Fortschritt auch durch die Löcher in den Türen zu schießen Schießen zu können Ist da noch was oder war die da schon drin? Oh Die will ich doch gar nicht Ach das war die Ecke Okay Dann nur Jetzt muss ich erstmal gucken So ich hab ein Vorschlaghammer Rezept Ich hab ein Eisenbrustpanzer Rezept Das ziehe ich mir gleich rein Ja Ich hab Raketenwerfer Rezept Ich hab ein Lederhandschuh Rezept für dich Und ich hab ein Sleeper da an der Ecke Oh Nee ein Rucksack Okay Er sieht nur Ja könnte auch ein zusammengesackter Zombie sein Ja das ist super So unterschiedlich sieht es nicht aus auf den ersten Blick Seid dann da Okay Ah da ist nicht so wild dran Hier ist noch ein Red Shirt Achso und hier ist dann schon wieder Sensor Okay Hier ist noch ein Hoodie den kein Mensch braucht Na ja Gut Oh hier ist noch eine Taschenhandel Oh die kann ich mir noch genehmigen Warte Gebe ich dir auch gleich was zum Lernen noch Okay Toil Oh ich brauch unbedingt was zu trinken Zu essen Ich geh mal schon mal einen hoch ne Ganz ehrlich so interessant ist das Hotel auch nicht Das Büro Sieht zwar geil aus aber Ja wer weiß was oben noch ist Also Battle.net hat eben gesagt Oben ist das Beste Also Dann wird's ja mal lustig Komm mal Ihr seid jetzt hier durch das Löschlein hochgehüpft Ich bin noch immer auf deiner Station Ich bin durch das Löschlein hochgehüpft Ja Lol Ey Proxy schade ich echt nicht ey Ist ne Kiste mit nem Pinsel und 117 Farbe Wo Dann ne Kiste alter Ich bin noch nur durchgerannt Ja siehste Das ist der Fehler Oh ab hier geht die Treppe wieder vernünftig hoch Cool Ab wo Ab dem nächsten Stock weg Ich muss jetzt hier mal Zeug wegwerfen Wo bist du denn jetzt eigentlich hier Oh Oh Es wird interessanter ja Oh 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 Erschreckt euch nicht wenn ihr hier hochkommt Es wird auf jeden Fall interessanter Oh Spikes Nett Ja Genau Und wo sowas ist Können auch eventuell schöne Sachen sein Ja Wird der schon hoch oder was Ja Ich hab hier ein Painting Wallcover rings Wer will das Können sie alle hier schreien Okay dann nehm ich's Oh Oh was ist denn das Alter Hier Holzscheide Alter ich bin begeistert Oh Ein Pilz Äh ne Saatkartoffel Manchen Pilz Ja guck dir mal alles durch Könnten wir uns gleich mal so ein bisschen zusammenuchten Mit so ein paar Sachen Jo Ich bin gleich voll Hier sind Nägel Ich bin schon die ganze Zeit voll Ich wollt grad sagen Hier ist noch ne Taschenlampe Hier ist noch ne Taschenlampe Genau Ich hol dir nur das Schönste raus Den Rest könnt ihr holen Ich leuchte ihr schießt Ich leuchte ihr schießt Ja So So Laufen wir mal hier an Oh Ist freigeschalten Welcome Welcome back Ich bin wieder zuhause Und sagt euren freunden bescheid Die müssen einschalten Weil Das macht bestimmt Spaß Mir beim sterben zuzugucken Und ich hab ein D-Day Ungefähr ja Ich Auch Boah Schon wieder richtig Hier geht ja richtig der Punk ab Ich hab jetzt nur noch Staunbäder Ah Das wird jetzt interessant gegen Summies zu kämpfen Jo Es hat so ein bisschen was von Doom damals Ups Hat denn der gemacht Boah Hier stand ein Zombie rum bei dir Despo Du stehst gerade auf deiner Stelle und gehst irgendwie auf einer Stelle Du bei mir auch Ich weiß Weil Er einen neuen Tanz einübt Ja Ich hab ein Standbild Gerade Okay Wo bist denn du Aldo? Ah da Siehst du mich Auf der Wege? Glaub ich gerade auch fast eine Minute Du läufst auf einer Stelle Ja Ich auch Das ist schlecht Weil ich stand eben schon mindestens eine halbe Minute im Wasser Und dann hab ich erst gesagt Kriegt Dass mich das Wasser Äh das Feuer wärmt Wo ich vorher drüber war Also wenn wir alle auf einer Stelle stehen Dann sieht das nicht gut aus Einmal raus und wieder rein Doch Ja ich hab jetzt ein weißes Bild Man spielt Okay Okay Also raus Dann erklärt's das ja Dann machen wir gerade ein Ende von der Folge Und dann Bis gleich Tschüss Ach schon mal neu einloggen Gehen wir mal raus Ne Genau Macht ja Spaß gerade an der Stelle Ich kann gerade gar nichts machen Also ich hatte noch drei Stück Hatte ich noch da rumstehen gehabt Die haben sich noch abgemurzt Und dann war nix mehr Also kurze Stream Pause Aber wir reden weiter Alter Alter ich komm nicht aus dem Spiel raus Nicht? Okay Ich pack gerade voll ab Obwohl ich in den vollen Neugestart Ja ich glaube das ist aber auch das mit der Experimental Weil da so viel neu gepatcht wird Und so zwischendurch Dass sowas vorkommen könnte Ist halt Experimental ne? Ja So dann kann ich auch mal Kann man stark von ausschauen Was sagt ein Miner überhaupt? Miner sagt äh Ach Mein CPU läuft auf 4% Ja irgendwas so mit 4,5 Und RAM hat er glaube ich eben knapp 12 voll gehabt Also noch ein grün Bereich Ähm ja Kommt glaube ich ziemlich heftig auf die Grafik Die Karte an mittlerweile Dann Dann Despro sag mal Bescheid Wenn du da rauskommst Und wieder rein joinst Im Zweifelsfall Taskmanager Und dann 7 Days killen Ich wollte gerade sagen Im Zweifelsfall Müsst du es einmal killen Und Sollte das eigentlich reichen Und ich nehme jetzt Wetten an Wo ich wieder spawne Direkt von einem Bären Ne Ich Kann mir sogar vorstellen Dass ich wieder Auf meiner Sicht Selbstgemachten Treppe spawne Ich hab hier 29 Grad Sie hat die Kamera unterm Tisch sogar Ich hab ihn verwandt Ah ok Ich hab ein geilen Screenshot Während ein Leck Stand der Büro Zombie vor mir Und ich hab ein Screenshot geschossen Das ist cool Das sind meistens die Besten Der stand genau vor meiner Nase Und genau den hab ich noch abgeknallt Weil ich dachte Hups der steht da rum Ja aber durch so ein Leck Hat er mich eben auch gehauen Als Stefan dann gesagt hat Der lässt sich sogar schlagen Ja Ging nicht anders Deswegen brauche ich ja auch den nächsten Honig Oder so Und was zu essen Ja Essen wartet auf dich Also so lange halte ich nicht mehr durch Vorher bin ich tot Ok Ok Bin jetzt schon 5 Minuten auf 0% Oh Au Das ist echt nicht Beim Notfall geh runter In der Kiste Wir haben doch Zigtausend Heidelbeeren angesammelt Na nur Heidelbeeren So viel bringt das auch nicht Naja Wenn ich dann wieder oben bin Bin ich wieder auf 0% Glaub ich nicht Es müssten glaube ich 50, 60 Heidelbeeren unten sein Eigentlich müssten wir hier Die bringen glaube ich 3 Nahrungen Ja ich glaube auch Eigentlich müssten wir hier Irgendwo mal was finden Irgendwie kann ich gerade An das Spiel beitreten Was ist denn da los Ja ich hab noch nicht offen Gerade ein ganzes Hitler Ist auf Ex gegessen Ja Das bräuchte mein Charakter jetzt auch Ich hab noch nicht offen Ok Ok Mach locker Mach locker Ich hab doch gesagt Ich sagte Michein Oh Hier das sind die Einstellungen Für alle im Stream Wie wir haben kein Sheet Modus ran Echt das geht dann Zeit bis zur neuen Beute 5 Das geht ja noch Der Alpha 17 soll übrigens Kotzende Einhörner kommen Was laberst du man? Dann möchte ich jetzt Die Alpha 17 haben bitte Ich möchte Kotzende Einhörner sehen Ja ihr kennt Meinst du? Meinst du Darf ich spawnen und neben mir ein Zombie gleich ist ey Ja siehst du Einhörner Ja genau Sunny Ich will auch Einhörner Aber freundliche Einhörner oder? Ja auf jeden Fall Gut Weil ich will keine Einhörner umbringen müssen Die kotzen Blumen Die kotzen Blumen In 5 verschiedenen Arten und Farben Können die nicht besser was zu essen kotzen? Naja Wie man es nimmt Du könntest auch Kotze essen Okay Stichwort Kotzfrucht Ja Nochmal Dann gibt es die Dschungelprüfung in Nevis Game Einhörner auf denen man reiten kann Ja Da schlägt schon jemand rum Ich glaube ich spring mal gleich in die Aufnahme Hallo und herzlich willkommen zu dem Standbild Seven Days to Die Einfach 16 Wir sind wieder Gleich zurück Willst du nicht weiter reden? Ah da sind wir wieder Ich bin wieder da Ich lebe noch Und der Zocken kann ich gekillt haben Der ist wirklich tot Immerhin Nee der war nicht tot Der hat mich angegammelt Ah ok Dann hab ich ein Jetzt ist er tot Ja Da hat jemand Hunger Brauchst du was zu essen? Ja Ich hab noch was Wo sollst du denn hinlegen? Ach jetzt sagst du das Ja Entschuldigung Ich weiß ja nicht ob du nicht noch was bei hast Ich hab 5 mal gesagt dass ich auf 0% bin Wo bist du denn? Hier Hier bin ich Ich mach es mal hier in den Aktenschrank Hinter euch ist ein Zambi Ja ich weiß Boah wie sie alle aufstehen Hackenschrank Hackenschrank Ja Ich geh mal erst essen Kümmert ihr euch mal um die Zambi Och und dann auch noch sowas Boah Arschlau Ich hab nichts gesagt Boah Du bist mir einer Da liegt noch ein Jagdgewehrbauplan für dich drin Ah ok Okay Kannst du ja jagen gehen Ich hab nämlich das Jagdmesser für dich Boah ein bisschen die Nähe Sondern immer noch So Hoppala Ich schieß gerade voll daneben Ach der ist Ach der ist Da gehts gar nicht rein Boah 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 Oh mein Da kommt noch einer Da kommt noch einer Bust du Auf ihn Schön Boah Also hier Ja Ich wünsche mir wieder ein Delay Jetzt gibt es da nicht Verzögerung wieder Bei mir ist jetzt kurz super Das da drin Wer will Ja kannst du mitbringen Achso Hier kannst du nichts mitbringen oder was Äh doch ich kann noch einen mitbringen Ja weil was wäre Das wäre nicht schlecht Aber Aber nur Äh vernünftige bitte Ähm 147er Hab ich jetzt für mich Und ein 93er noch Ja das ist schon mal Also über 50 ist Okay Ist okay Nur so ein 3er oder so Den hab ich gesquappt Weil da kannst du ja aus dem Leder besser was machen Da wir ja grad sowieso nicht so viel äh tragen können Äh So jetzt muss ich aber was essen Wobei trinken jetzt wieder eigentlich äh Nötiger wäre Alter schaut euch das mal an Wo bist du denn? Warte Einmal um die Ecke schon gegangen Aber zu mir sagen ich würde alles liegen lassen Ich komm sofort Das ist aber interessant Ist es auf jeden Fall Oi Das nenn ich mal äh Ein misslungener Abwehrversuch Lol Da sind bestimmt jetzt wieder Steeper Ja Und schon steht er auf Das sind 3 4 Und die Ich geh mal wieder Tschüss Ich geh mal noch So Ähm Oh Munition Nimmt da jemand auf oder bin ich einfach nur dumm? Nein das Stream hat Gehangen Okay Hier sind noch Token ist drin Ne Auf Aufnehmen tun wir auch Nehm einmalchen Da ist noch ein Sleeper Moment ich hole ihn von hier aus Versuch es jedenfalls mal Ach Geht doch Geht doch Oh ja Dahinten gehts noch weiter Na endlich nochmal ein Pfeil gefunden Und 12 Pfeilschützen Ich mach mal schnell noch Pfeile Ja mach mal Äh Äh Iron Arrowhead Wieso kann ich jetzt da nix Ich hab keine Fehlern Ich hab keine Fehlern mehr Okay Ich hab ne blaue Sonnenbrille Ja Das mit dem Mit dem Munition machen war ne gute Idee Ich hab aber immer nen Bogen Ähm Ähm Proxy Nächstes Mal das was hier im Schreibtisch ist Ja Moment 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 Hier sind noch Sleeper Ja gut Du bist nie dumm Süße Was? Na Stream Also Äh du Dich nenn ich nicht Süße Nee Ich hab gedacht Du bist du versteh ich nur die Hälfte Das ist ein bisschen schwierig Hier ist ne Küche Proxy Proxy Da Hier Schreibtisch Da Schreibtisch Hier Hallo Da Schreibtisch Nächstes Mal das was da drin ist Ah Schon wieder ein Mahlzeug Hab ich doch schon Scheiße Scheiße Ja 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 Ich probier's gerade So Bewegt dich doch nicht so Der rennt ja Ja das ist ein Footballer alter Hm Wieder auf einmal aufgestanden ist Ey Ja Ich hab sie nicht gesehen man Da geht der mal kaputt hier Wie hält'n wir aus Wie hält'n wir aus Wow Leckt die Das gibt's doch nicht Er hat jetzt mindestens acht Schläge mit dem Bartklapp ausgehalten Ich blute Ich blute halt ich bin tot Ist das jetzt wieder ein Delay Problem oder was Oh ja es ist ein Delay Oh Das war jetzt noch mal mächtig Delay Bist du jetzt wirklich tot Ich glaub sie ist wirklich tot Ja ich blute aus Ich hab sie gekloppt Aber ob er tot ist Nein ich mein ihn Ja ich blute jetzt aus Ähm Keine Bandage oder sowas Nö Das ist schlecht Soll ich eine machen Bringt eine normale Bandage was Ja Nein Steh die Blutung Um die Blutung zu stoppen Brauch eine normale Wo bist du denn? Der ist bei Ah Hier nimm Hast du Ja ich habe eine gerade genommen Alter F*** Na dann Alter F*** Halleluja 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 Dann wird die Munition eng ne Und es wird Dunkel Wir sind noch nicht mal die vierte Etage oder so ne Das ist echt heftig Ja wir können ja auch rein theoretisch Wenn wir hier aufgeräumt haben In der Etage bleiben aber So ich trink jetzt drübers Wasser alter Ja für die Nacht hier auf jeden Fall müssen wir auf jeden Fall bleiben Aber ähm Wir müssen Ich meine jetzt bis wir ganz oben sind das dauert Länger als das Taxi mehr Wir müssen das Treppen auszumachen Spimmt Dann laden wir mal zurück ne Äh Jo Ja kam da Oder nicht Jetzt ist komischerweise Taghell das ist ja echt witzig ey Alter geht das doch Wer wählten Wer wählten Die Wer will Äh bla bla Fortfindungsstörungen Nein bist du nicht Wer wählten Rezepte für Farben lernen Äh Ich hab schon Mach ich jetzt im Moment die ganze Zeit Sag mal sind da draußen Hunde oder was geht da Ja Also die ersten lerne ich immer Weil ich hab zwei ähm Farben Teugs und Well Irgendwas Ja tu die mal hier irgendwo rein dann guck ich ob ich die schon kann weil ich hab die jetzt im Moment die ganze Zeit genannt Man kann die aber nicht mehr doppelt lernen Ne ne deswegen guck ich ob ich sie schon kann Deswegen hab ich das eine Das eine hab ich nämlich im Proxy nämlich schon Leute Ja ist mir egal Das kenn ich schon Das kenn ich noch nicht Ich hab jetzt auch nichts mehr zu messen Und wir wollen hier warten Nee Oh das sind noch jede Menge Immer diese Businessmänner ey Wunder seid leise Wo? Draußen Draußen Hoffe ich doch Hier drin wär so ungünstig Hier ist noch einer Wow Treffen ist immer von Vorteil ne Äh Proxy? Ja Ja Dreh dich bloß nicht um Scheiße Jetzt bin ich runtergefallen Echt? Ja Umdrehen soll ich mich nicht? Wieso? Entschuldigung dass ich heute die ganzen Gags nicht so kapiere ich bin etwas konzentriert Du solltest mir eigentlich helfen Ich hab den Typ doch abgemurzt auf dem Boden Ja nachdem ich runtergefallen bin dann Wieso bist du runtergefallen? Weil ich nicht äh Von dem geschlagen werden wollte Und nach hinten gegangen bin Äh Echt jetzt? Ja Und da dieses komische Loch war Das komische Loch Die sind lauter komische Löcher hier Waren wir da schon drin? Bin mir grad nicht sicher Waren wir da schon drin? Bin mir grad nicht sicher Waren wir da schon drin? Ja Ja Wie viel brauchst du? Ja für eine Axt Bitteschön Hä? Hilfe! What the fuck? Was sind das für Geräusche? Warum? Ich krieg die Krisen Warum? Was ist denn? Hier stand noch ein Zombie mitten im Raum Ja So ein Sleeper Mitten im Raum Da wo wir schon waren Boah Okay hier ist zu Da kommt keiner mehr durch Äh Hier liegt alle schon tot Wir sind grad einmal rum Ah Rundgang Ich hab den eben zugemacht Ach du warst das Warum? Ja nachdem ich wieder hochgekommen bin Ah So Geschickt Warum machst du den zu? Warum geh mal nicht mal weiter rauf? Äh Können wir gerne machen Ich hab nix mehr zum Essen, Alter Äh etwas hab ich Warte Ich hab ja drei Jucker und drei Becken und Eggs und ich hab nur noch Das hab ich eben noch gefunden Seid ihr mit Essen ordentlich oder Brauchen heute mal was? Äh ich bin jetzt glaub ich ordentlich Außer Das einzige was mir was bringen würde Äh Wär Wär ne Schiene, aber ich glaub die kostet ein bisschen was ne? Ne Schiene? Du meinst jetzt ein Splint? Ja Ja da brauchen wir ja jetzt Ducktape für eine Hat jemand Klebeband? Ich weiß ich hab einen Ducktape dabei deshalb Das wäre super Dann mach ich das mal Weil der Sturz war anscheinend ein bisschen zu viel Äh wo soll ich sie hinlegen? Lass fallen Klickst du mal hier in den Oder so Okay also heißt also ich darf jetzt nicht mehr hinfallen Sonst Nein darfst du nicht Nächstes Mal also nicht rückwärts ohne zu wissen was da ist Ja Also gehen wir jetzt hoch Wir haben noch eine Stunde um aufzuräumen Ja Höchstens ne Stunde Oh Hier ist zu Okay das ist schon mal gut Ja Ja Äh Echt übel Ah nein Mist Das war so ne Falle Ah Mann Ah Ja Super Das ist so ein Teil was kaputt geht wenn man drüber latscht Äh Gut dass ich die Review von Ja gut dass ich Gut dass ich das noch nicht wusste Wo sind wir denn hier? Wo bist du denn? Hier bin ich Wir müssen einen hoch Gut dass ich die Review von Welfi gesehen hab Ja Das ist perfekt Warum ist Warum ist denn jetzt da Der Boden weg? Also das sind Ah der ist auch Oh Oh Da dürfen wir nicht drauf treten Ja ich bin schon Vorsicht Vorsicht das ist wohl direkt vor dir Das dunklere Ich bin schon extra auf die Dinger wo ich eben war nicht getreten Das dunklere Teil Ah was ist denn das für ein Schein Du ein Scheibenkleister What? What? Jetzt hab ich das Bein gebrochen Verdammt Ja hab ich eben auch wieder Aber Das gibt's Bringt ja jetzt nichts mehr Das ist aber jetzt ne komische Idee Okay Ich hab den Frame extra selbst gesetzt Ha ich bleib hier stehen Was ist denn das für ne Kacke? Oh ich geh an dem Haus vorbei Ähm Wo geh ich jetzt hin? Hier ist ganz viel Waffenkram drin Ähm Ich lauf jetzt einfach gerade Ja Finde ich Finde ich schön Das ist doch Alles geht kaputt Es hab ich noch nicht gesehen Sonst kannst du schon irgendwas an Waffen zusammensetzen Hm Wo seh ich denn das? Welche zum Beispiel? Äh Schrotze ne kurze Wie heißt das Ding? Shotgun ne? Ja Shotgun hab ich hier Ein Slug Ein Shell Ein Buckshot Sonst hab ich gar nix Äh Ich hab hier ein paar Teile Ich will nur wissen Ob du das zusammensetzen könntest Ja weiß ich nicht wo dran seh ich denn das Ob ich das könnte Wenn du so ein Teil in der Hand hast? Hab ich nicht Dann müsste er hier rüber gelaufen kommen Ja komm ich Achso Ich komm sofort zu dir rüber gelaufen Aber weißt du was? Äh ich hätte theoretisch könnten Ne hätte ich nicht können Ich mach mir 20.000 Frames Müsste man nicht wenn man auf ein Auf ein Footballhelm geht Äh Das Rezept sehen für ein Mininghelm? Nein nur wenn du auf einer Workbench bist Ah ok Jetzt haben wir ein nettes Problem Warum? Haben wir nicht Ah Doch ich hab wieder die Das ist ein Problem ja Broken Glass Was hast du jetzt gerade rausgeworfen? Hä? Hier liegt drei Broken Glass Ich hab noch gar nix rausgeworfen Weil ich hier nix wo reinkomme Weil ich noch ein Delay hab Alter Schwede ist das hier Übel Ah jetzt kommt was raus Hä? Ne schon wieder von mir Mann Ich wollt grad sagen 20 Sekunden Verspätung Das ist doch So ich tu dir die Waffenteile Hier hinten in die Kühlbox Weil die Komm ich da auch heil hin ohne zu stürzen Weil die werfe ich bestimmt nicht raus Repair Ist ausgegraut Und ganz ehrlich In die zu Türen Möchte ich jetzt gerade nicht um den rein Nö Ich auch nicht Hey ich hab grad eine Tür aufgemacht und da waren so mit drin Also ich kann nichts von dem was du mir jetzt doch Ach ja hab ich Ach was Shotgun Shortstock kann ich assemblen Ja für Shotgun gibt es ja jetzt nur noch ein Rezept ne Genau Aber da fehlt immer noch die Shotgun Parts fehlen noch Du sollst die ja auch nur zusammensetzen damit wir nicht so viel tragen müssen Ja genau Hab ich jetzt Ja Dann ist doch gut Geht doch nicht auf das Feld hinter dir halt Du Hä Was Sonst bricht der Boden wieder ein Warum hier vorne nicht Boah ist das Boah anstrengend Ja also wenn man aufpassen muss dass der Boden zusammen kracht Das ist schon ein bisschen seltsam Das ist Ich find's geil Aber es ist anstrengend Was sagt mein gebrochener Knochen Der sagt noch 36 Minuten Realtime ne Ja Meiner Meiner sagt Meiner sagt Infektion noch eine Stunde 46 und gebrochenes Bein noch zwei Stunden 25 Ja easy Meiner sagt ich hätte Durst aber nur noch 25% Kannst du noch zwei Folgen machen dann bin ich tot Gut dann sag ich jetzt mal tschüss bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss